Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Von der Firma Brooks habe ich für euch den neuen Trance. Das High-End-Modell in der Support-Kategorie geht in seine zehnte Generation. Neu an der aktuellen Version ist das sogenannte Full-Length-DNA, ein Material, das in den wichtigen anatomischen Stellen wie Fersenbein, Würfelbein und Großzehengrundgelenk individuell angepasste Dämpfung ermöglicht. Zu diesen exzellenten Dämpfungseigenschaften kommt eine sehr gute und effektive Stabilität dazu. Dafür sorgt diese Pronationsstütze im Innenbereich. Für optimalen Fersensitz sorgen diese beiden zusätzlichen Fersenflügel, sogenannte Heel Cradle. Der Trance ist ein Laufschuh, der sich an mittelschwere bis schwere Läufer richtet, die während der Abrollbewegung nach innen knicken, also überpronieren. Und ihr könnt ihn bekommen in allen Runners Point Filialen oder hier im Shop unter www.runnerspoint.com.